Ich finde, Musik ist eine nützliche Ablenkung. Um sich zu konzentrieren, sie hält die innere Stimme in der Spur. Darauf kommt es an. Mein Vorgehen ist rein logistischer Natur. Wenn ich effektiv bin, dann nur aus einem einfachen Grund. Mehr ist alles scheiß. Und so ganz nebenbei. Ich hätte ihren weiblichen Partner niemals damit reingezogen. Untersage dir Empathie. Shit. Vertraue niemandem. Schlage nur die Schlacht, für die man dich bezahlt. Atme. Atme. Ganz ruhig. Werden Sie begeistert sein. Darauf kommt es an. Wenn du Erfolg haben willst. Hey. Wenn, dann. Let's be. Untertitelung des ZDF für funk, 2017